Hi Leute, willkommen zurück hier für eure Alice im Zockerland mit Annas Quest. Wir müssen Tauben erschrecken, das gefällt mir gar nicht, das mag ich nicht. Aber wir machen das. Ich weiß, was wir sonst machen. Äh, ich drück immer falsch. So. Ist das wichtig, wo ich die platziere? Achso, ne, da geht sie da wieder hin zurück. Da geht sie zwei runter. Bewegt sie sich immer zwei, dann... Nee. Hm, die kommt da nicht weg. Nee. Ach, ich kann die grad aufmachen. Aber auch nur die, die nicht. Ah, I see. Ah, dann geht's wieder zurück, okay. Ähm, wo sind die da hinkriegeln, dann können sie nämlich runter. Da. Wo sind die? Wo sind die normalerweise da hinkommen? Naja. Naja. Naja, aber da rein. So. Und dann. Ähm. 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 Von unten. Aber wie kommt die von unten? Von da? Wo ist die da hin? Ich muss sie da hinbekommen. Ja. 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 Ich komme von rechts, dann muss ich eigentlich von da kommen. Ja, so weit waren wir eben schon mal. Dann muss ich dann von unten kommen. Ich kann sie natürlich auch da hin manövrieren. Und jetzt? Und jetzt? Ich habe eine Schnur, aber ich habe keinen Brief. You've got mail, aber ich habe keine Mail. Noch nicht. Okay, dann weiß ich, wofür das ist. Dann muss ich nur noch wissen, was ich mit dem Kleid machen soll. Tausche Slipper gegen Kleid? Nope. Will die... Vielleicht muss ich irgendwas mit der Eule machen? Fuck. Habe ich mal versucht, hier reinzugehen? Ich glaube, da war nichts, oder? Will die Köchin vielleicht ein schönes Kleid haben. Nee, die will nur Fleisch haben. Ich bin nicht sicher, ob sie da interessiert wird. Vielleicht will der Prinz immer ein hübsches Kleid anziehen. Vielleicht will der Prinz immer ein hübsches Kleid anziehen. Ich muss bestimmt irgendwas mit dem Prinzen machen. Mit seinem Fechten. Ich verbrenne es. Ich verbrenne es. Ich habe es gesagt, dass ich nicht mit dem Prinzen spielen kann. Ich werde es einfach verlassen. Ich will nicht mit dem Prinzen schlafen. Nein. Kann ich Kohle mitnehmen? Nein. Die Kohle würde mich nur alles schlafen. Ich weiß auch nicht, was ich mit Ernestine machen soll. Werter Prinz, wären Sie an einem Gewand interessiert. Äh, ich habe auch immer noch den Frosch hier. Äh, Reynard? Oh Gott, sorry. Tut mir leid, ich will nicht vergessen, was du da bist. Ich bin doch schon auslösen. Der hat nichts. Nein, ah ja 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 ja. Ich weiß nicht mehr. Hast du noch was zu sagen? Im Garten war doch auch nichts mehr. Ja, ich muss wahrscheinlich... Ich mache mir Telekinese das Kleid kleiner. Ich glaube ich. Hier war nichts mehr im Garten, ne? Nee. Sprich die nochmal mit mir. So, hi again. Just me. Um, I don't want to seem ungrateful, but do you think I can make an exchange for another size perhaps? Hmm. I guess that's a no. No. Okay, Garten ist durch. Vermutlich. Um, brrrrrrm. No. Uh, hi. Grrrr- What was that about a glass slipper? Ah, yes. Well, there we were. At my royal ball to find my bride. The most splendid of events. Yes. And in she was. Adol. I mean beauty. We had a swell. Oh dear. No, no, no. First she's a, then she go. Ah. Uh. Okay. Nein. I would like to be amazed and enth- Oh, alright. That is what I say to, you know, and then. Oua. Oh, that was aber anders jetzt. Then, they attack you suddenly. Aha. Then I do this. A lightning fast parry. Nothing touches me. They have their guard down. Now's your chance. Aha. Then I do this. Whoosh. Like a tiger. Oh, but he, he strikes your sword hand. Aha. Then I, wait, he what? Um, well, then I must do this. Fällt er irgendwann da rein? Oder so? Oh. Is the swan actually a robot? I am a swan prince. 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 A flowerless flower girl. I need to do something about that. I still need another shoe to go with the one I have, too. Supposedly I need a nicer dress as well. Not that I see anything wrong with mine. A window into one... A window into one... This one doesn't seem to lead into... I can't reach it from here. Can I take the ladder again? No. Nope. A window... I have to do something with the cat. I have to do something with the cat. Shh. 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 Ben, just try to keep quiet for now. We don't want the owl calling Winfried again. I have to find a way to get it out of here before I have to find a way to get it out of here. I have to find a way to get it out of here. I have to find a way to get it out of here. I can't really see... Hmm... Maybe... Let me just see if I can reach it without... Nope. No. Guess not. No. Grandpa... I think I'll respect... Grandpa always warned me against the... I think I'll respect that... Uuuuuh. Ich weiß nicht. Nein. Ich weiß nicht. 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 Das war alles ein Teil von einem neuen König zu sein, wenn Sie wissen. Sie wurden verabschiedet und verabschiedet. Es war alles ein Teil von einem Effort zu kommen mit der Tragik-Departure von der Herr-Hinness. Es scheint eher zu sagen, dass sie sie komplett verabschiedet hat. Was hat sie gegen Janneke, eigentlich? Huff, scuff! Sie werden uns beide verabschiedet an diesem Fall. Mein Gott, in jedem Fall, wie kann sie überhaupt verabschiedet werden? Impossible! Okay, ich hätte lieber meine Flower-Girl-Stoe bekommen, oder? Post-Haste-Girl! Enough of this nonsensical dilly-dallying! There's a wedding to be held! Was? Scheiße! Hier ist ein Blumen! Wait a second! Aw! These are no good! They're fake! Ugh! I doubt the butler would let me through with a bouquet of plastic. Hmm, no. None of these are really wedding appropriate. Hmm, warum sagt sie jetzt nichts denn? There doesn't seem to be anything I need from there. There doesn't seem to be anything I need from there. This isn't sleeping time. It's stopping a wedding time. Let's see here. Swan prince on the prowl for glass slipper. Are you the bride-to-be? Modacious bodices. Ten hot tips to getting that body butter bodiced up. Exclusive interview. I am the greatest, says lead mandolinist of hot new band Crochet Vest. Hmm, I'm not sure these will be of much help to me. Or anyone, for that matter. Aha! Here we go. There's some coupons in the middle here. Hair salons, makeup, perfume samples. This one looks interesting. Free magic gold thimble. Increase your sewing today by 1,000%. Wow! That's a lot of percent! I'll just take this and leave the rest, I think. Oh, okay. It's a coupon for a complimentary magic gold thimble. To help you sew faster. Send this self-addressed envelope along with one gold coin payment to receive your thimble today. On the back it says, same-day delivery guaranteed. Applications by Pigeon Post only. It's a coupon for a cop. Send this self-addressed envelope along with one gold coin payment to receive your thimble today. On the back it says, same-day delivery. I need a gold medal and then I have passed. Aha! But I don't know why I don't have to use it anymore. Why I don't have to use it anymore. Why I don't have to use it anymore. Uh, uh, X. Huh. Shouldn't you be at the- Oh. Why- Well, I was just because- It's not- Ah! I'm putting it on because it's no one else's. I didn't take- Why? It's so, uh, uh- Take your curiosity. Der ist eh abgehauen, der Typ. It seems like the only thing she cares about is getting that slipper on. Yeah, and I have here the other one. It seems like the only thing- Ah, is, uh- Pfff. Sorry. Do I have to use it? No. Yeah. Ah. 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 Nein. Ah. 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 Du nervst und ich weiß nicht, was du für eine Funktion hast. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch was von Sydney brauche. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht mehr machen kann. Verdammt, du Scheiße. Die will Fleisch haben, die will keine Schuhe haben. Verdammt. Vielleicht hat der Typ eine fallen lassen, zufällig. Der war doch reich, oder wollte reich werden. Oh, ich stehe wieder auf dem Schlauch. Anna! Wie werde ich die Eule los? Ja, 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 sorry. Nimm mal einen Schuh. Ich hau dich mit dem Schuh. Ich weiß es nicht. Ich deck dich mit dem Kleid ab. Nein, ich bin verzweifelt. Wait, wait, wait. Dress, shoes. Oh, ich weiß. Nein, ich denke, es ist so schlimm. Oh, ich versuche nicht zu sehen, wenn es alle die gleichen Zeit ist. Okay. Ich weiß echt nicht, was ich mit der machen soll. Okay, das wird nichts mehr, Leute. Hier, ich hab dir Fleisch mitgebracht. Das ist eine große Schwanz, das hat nur, äh, wurde ausgedrückt. Würde du interessiert in etwas? Hm, das letzte Mal, ich versuchte den Kastel-Swanen, habe ich fast getötet. Aber dann wieder, wenn es bereits ausgedrückt ist, dann würde ich sagen, würde ich sehr interessiert. Sehr interessiert. Uh, ich habe jetzt wiederkehrenden Gedanken über diese Idee, ich sollte nicht lange lange halten. Wer weiß, wenn der Kastel-Swanne wird, dass nicht zu sagen, wie, äh, nicht zu sagen, dass das, äh, nicht zu sagen, wie, äh, nicht zu sagen, dass das so schön ist. Das ist ein schönes Lied, du hast da. Das war meine Prett-Swanne, speziell ich. Oh, wie sehr schön. Oh. The fuck on text? She seems to have a good thing going with us I shouldn't hang around too long That's not to mention how What? Do you think I could have Do you think you could What? What? Has something changed here? What? What? No, it's gone What? 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 She seems to have Okay I'm not going to have a break I'm not going to have a break I have no idea What? I'm not going to have a break I'm not going to have a break I don't know how it goes Oh my god What? No, that's what we found We found Yeah 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 Oh my god Oh, she's It's dark But it's still dark But it's still dark I thank you for the time And then we'll see Next time When I'm going to be Plan to go Through the street I'll see Bye 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 Tschüss